Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also hier mal noch das versprochene Frage-Antwort-Video. Auf mein letztes Video, Frage-Antwort-Video, haben mich via Facebook einige Fragen wieder erreicht. Ja, und da wollte ich jetzt mal zu einigen Fragen Stellung beziehen. Heute mal aus einer anderen Umgebung. Heute bin ich mal bei mir daheim im Wohnzimmer. Also, die erste Frage, die mich erreicht hat, war, Moment, was ist deine Lieblingsmarke oder deine Favoritenmarke? Gut, das ist schwer zu sagen. Da hätte man fragen müssen, oder ich hätte fragen können, oder frage ich mich bei dieser Frage, auf was bezogen? Grünlandtechnik, Bodenbearbeitungstechnik, da gibt es ja viele Marken. Auf Grünland bezogen finde ich Krone ganz cool. Also, ich persönlich hätte gerne einen Krone-Schwader und einen Krone-Zetter, einen kleinen Wender. Also, ich finde Krone ganz cool. Auch von der Balbentechnik her finde ich das Krone das Maß aller Dinge. Ich habe auch bisher die Leute oder die Bekannten, die ich habe, die mit Krone arbeiten, habe ich echt super Resümee bekommen. Also, super, super Bewertungen. Natürlich frägt man auch mal die Kollegen, hey, wie seid ihr zufrieden und so. Ist gar kein Thema. Auf die Mähdrusch-Häckseltechnik bezogen ist ganz klar mein Favorit New Holland. Angefangen vom New Holland TX34 bis zu den neuen CR-Serien, CX-Serien. Finde ich die einfach mega, mega geil. Also, mein Traum-Mähdrescher wäre klar, ganz klar, entweder eine TX-Serie oder eine CR-Serie. Weil das einfach die besten Drescher waren und die besten Drescher sind. Und New Holland in meinen Augen und auch aus Erfahrung, die ich damit sammeln konnte. Ich bin auch schon ein Mähdrescher von New Holland gefahren, einen modernen CR-8090 und muss sagen, echt hammergeil. Also, da kann ein Glas, finde ich, optisch und Dresch-Trusch-Technik nicht hinriechen. Ja, dann die nächste Frage, die mich erreicht hat. Warum filmst du eigentlich nicht mal deine Tiere? Das ist einfach ganz klar zu erklären. Ich finde auch, jedes Tier hat eine Privatsphäre und jeder Mensch hat auch eine andere Auffassung von Tierwohl und Tierdasein. Und da habe ich auch, einfach um auch Ärger zu vermeiden, weil wenn solche Videos in falsche Hände geraten, dass da kein Bullshit getrieben wird. Und deswegen habe ich klipp und klar gesagt, ich distanziere mich von Tiervideos. Natürlich habe ich auch das ein oder andere Mal schon meine Pferde gezeigt, aber das wird nicht passieren, dass ich meine Tiere zeige. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, war, was hast du gelernt? Und das ist ganz kurz zu beantworten. Ich habe eine Lehre gemacht vor sechs Jahren zum Pferdewirt. Da war ich bei Paul Schockermühle in Niedersachsen, habe dort mein Pferdewirt gemacht, habe die Prüfung auch mit 1,7 im Reiten und 3,5 im Schriftlichen bestanden. Also ich bin quasi ausgebildeter Pferdewirt, Schwerpunkt Zucht. Ja, die nächste Frage, die mich erreicht hat, wieso liebst du IHC so? Das ist ganz klar zu beantworten. Ich habe schon mit vielen älteren Bauern geredet und die haben gesagt, den ersten Schlepper, mit dem man fährt, an dem bleibt man hängen. Und das war halt bei mir ein IHC 624, auf dem habe ich es fahren gelernt. Und das ist bei mir jetzt auch schon weit über 18 Jahre oder 19 Jahre sogar her, wo ich Traktor fahren gelernt habe. Das hat mir mein Papa irgendwann halt mal beigebracht und später dann mein Onkel. Und so ist man dann halt auch als junger Kerl und als junger Bub mit 16, 15, 16 immer wieder bei den Bauern hier im Dorf. Hat man gefragt, ob man mal grubbern darf, ob man mal pflügen darf. So bin ich auch schon hier bei uns im Dorf, so ziemlich bei allen, außer bei einem, zwei bin ich bisher bei allen Schlepper gefahren. Ja, es sind zwei Bauern hier aus dem Ort, bei denen ich noch nicht gefahren bin. Da werde ich auch niemals fahren, also da würde ich auch nie freiwillig hingehen, um Gottes Willen. Ja, die nächste Frage, die mich erreicht hat, ist, was ich am liebsten mache, freizeitmäßig. Also, ich habe bisher in meinem letzten Video gesagt, ich bin bei der Feuerwehr und beim Technischen Hilfswerk. Dann tue ich gerne reiten. Ich habe auch lange Fußball gespielt. Ja, Roller getunt habe ich lange. Ansonsten mache ich eigentlich nicht viel so nebenher. Da ist die Zeit gar nicht bei Pferden und beim Arbeiten in der Landwirtschaft. Ja, die nächste Frage, die mich erreicht hat, war, welcher von meinen zwei Schleppern am meisten Stunden kriegt. Das kann ich euch ganz einfach beantworten. Der 844 hat mehr Betriebsstunden im Jahr drauf wie der 624. Der 624 ist eigentlich nur gekauft worden, mal zum Heu wenden und vielleicht arbeiten, mal einen Wagen von A nach B ziehen, mal einen Kerbeumzug ziehen. Oder beziehungsweise Kirmes heißt ja bei vielen, Kirmesumzugswagen ziehen. Für sowas habe ich den mal gekauft. Also, der ist nicht gekauft, damit er irgendwelche schweren Arbeiten auf dem Acker macht, wie der 844 jetzt. Heu zum Beispiel mit dem 6HB-Pflug. Da haben sie auch gemeint, oh, hängt den 624 dran, der hat bessere Reifen, aber der 624 hätte den 6-Jab-Pflug niemals gezogen. Vielleicht, ja, aber nicht in der Geschwindigkeit wie der 844. Ja, dann wurde ich gefragt, wie viele Stunden meine Schlepper im Jahr machen. Das kann ich euch gar nicht genau sagen. Ich kann es immer nur an den Stunden sagen, die ich mit dem Handy aufnehme. und ich komme beim 844 so auf ca. 150 Stunden im Jahr, wenn überhaupt, also vielleicht 100 Stunden maximal. Und der 624, der hat jetzt in diesem Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, bei mir gelaufen, 10 Betriebsstunden. Mit dem habe ich noch nicht viel gemacht. Mit dem habe ich jetzt zweimal Heu gewendet. Und das war es eigentlich. Ansonsten hat er noch nichts bei mir geschafft. Einmal kurz Wiesen geäckt zum Testen, aber gearbeitet hat er noch nichts so bei mir. Ja, dann wurde ich gefragt, warum ich so, warum mein Schlepper an einem 745 XL wäre. Weil ich einfach den Schlepper an sich einfach ein gelungener, schöner Schlepper finde. Und ja, wie gesagt, auf einem Pferdehof, auf dem ich gearbeitet habe, habe ich damals mit einem gearbeitet. Da habe ich 20 Hektar Koppeln geegt mit einem 745 und habe mich einfach in den verliebt. Der Sound ist geil, der Traktor fühlt sich geil, der ist wendig. Ist einfach ein schöner Schlepper und wenn man die pflegt, sind die echt geil. Und ja, mein Traum wäre es ein XL Schlepper. Natürlich, wenn ich heute die Chance hätte, ein 844 XL oder ein 745 XL, da würde ich den 844 S sofort hergeben. Also der 844 S war nie mein Traum Schlepper. Er ist ein super Schlepper, kein Thema. Natürlich, mittlerweile ölt er überall und verliert Diesel an den Dieselfiltern. Aber mein Gott, überlegt mal, wie alt ist denn der Schlepper? Der Schlepper ist Baujahr 75. Jetzt könnt ihr es euch ausrechnen, 46 Jahre alt. Der hat über 20.000 Betriebsstunden. Also ich bin zufrieden, der hat jetzt vier Jahre lang störungsfrei. In den vier Jahren hat er wirklich noch nie irgendeine Schraube oder irgendwas, war nie was kaputt. Da war noch nie irgendwas kaputt, wo er wirklich mal gestanden ist. Einmal ist der, wo der Ölfilter dran geschraubt wird, das Gehäuse gerissen. Da haben wir dann ein anderes, komplett anderen Halter hingemacht. Dann ging es und da tropft er jetzt wieder. Aber mein Gott, ich lehre halt Öl rein. Ja, und dann wurde ich noch gefragt, was ich lieber machen würde, wenn ich mir es aussuchen könnte. Motorsport oder Fußball? Also wenn ich eine Karriere anstreben könnte, entweder im Motorsport oder im Fußball. Also ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich eine Motorradkarriere hinlegen. Wenn ich das könnte und das Talent und das Geld und alles hätte, würde ich wahrscheinlich Motorradrennfahrer werden. Ich glaube, da würde ich mich ganz gut schlagen, weil die, die mich kennen, die wissen, dass ich super gut Roller fahren kann. Super gut Cross gefahren bin, super gut Moped gefahren bin. Ja, ansonsten wurde ich noch gefragt, wie viele Bauern es bei uns im Ort gibt. Da müsste ich jetzt gerade mal nachrechnen. Fünf Stück, fünf Stück gibt es bei uns im Moment aktuell, aktive Bauern. Und unsere Gemarkung hier im Ort hat insgesamt 300 Hektar. Also der ganze Ort, die Ackerfläche, die es bei uns hier im Ort gibt, sind knapp, ein bisschen über 300 Hektar. Dann wurde ich gefragt, das kam aktuell, ganz aktuell rein, wie viele Hektar hast du heute gepflügt. Also heute waren es 200 A, also zwei Hektar. Morgen kommen dann nochmal ungefähr, ja, ich glaube 70 A kommen morgen nochmal dazu. Und dann nochmal einen Acker mit 15 A. Also morgens sind wir auch nochmal knapp bei einem Hektar. Dann wurde ich eben auch noch ganz aktuell auf Instagram gefragt, wie bist du zufrieden mit dem Pflug? Also ich kann euch gar nicht sagen, wirklich, ich weiß es wirklich nicht, wo dieser Pflug herkam. Ich habe heute Morgen gesagt, häng den an, mach einen Gangbar, geh da raus, pflüge die Acker. Ich habe ihn halt angehängt und habe die Acker gepflügt. Ich weiß nicht, wo dieses Pflügel herkam. Also man muss dazu sagen, es ist richtig, richtig geil mit dem Ding zu arbeiten. Was mir noch schwerfällt, ich bin das nicht gewöhnt mit einem 6-Schar-Pflug zu arbeiten. Ich hatte ja die ganze Jahre, habt ihr ja gesehen, den Wensky 3-Schar-Pflug, den haben wir mittlerweile auf den Schrott gefahren. Der war ja toter als tot. Es war auch nicht schön mit dem Wensky-Pflug. Es hat Spaß gemacht, aber es war nie schön. Ja, und ich muss sagen, ich bin mit diesem Niemeyer 6-Schar-Pflug, also Schälpflug, bin ich sehr, sehr zufrieden. Das Einzige, wo ich mich noch dran gewöhnen muss, ist diese Breite, weil der viel, viel breiter ist als der Schlepper. Und ja, auf dem Video, das hat man heute vielleicht nicht gesehen, musste ich sogar eine Reihe liegen lassen, sonst hätte ich dem Nachbarn eine Reihe Mais rausgepflügt. Da wird dann halt mit der Scheibenegge nochmal drüber gegangen, wenn die anderen Ecker, die ich nicht pflügen werde, die dann mit dem Grupper gearbeitet werden, wird das gerade mitgekruppert. Und ja, morgen ist ein Acker, der ist, ja, den arbeite ich nicht so gern, der ist direkt am Wald, den muss ich morgen pflügen. Und wenn der gepflügt ist, da ist es halt saublöd, da hast du dann kein Internet da unten und dann kannst du keine Musik hören und da hast du das ewige Getröhn von dem Bulldog im Ohr. Und ja, ansonsten bin ich wirklich top zufrieden mit dem Flug. Dann wurde ich gefragt, ob ich noch andere Tiere habe, außer Pferde. Ja, ich habe noch einen Hund, der lebt auch bei mir hier in der Wohnung. Das ist die Luca, die ist jetzt auch schon elf Jahre alt. Die ist eine ganz Liebe, die liegt da in ihrem Bettchen und schläft. Die habe ich auch schon als auf dem Trecker mitgenommen. Und ja, dann wurde ich noch gefragt, wie viele Schlepper hattest du eigentlich bisher in deinem Leben? Also ich persönlich selber hatte elf Stück. Angefangen habe ich mit einem 523, dann kam ein 744, dann kam ein 844 Allrad S, aber einer mit der Fritzmeier Halbkabine, also nicht wie meiner mit Komfort, sondern mit Halbmeierkabine. Den habe ich aber nicht lange gehabt, der war nix, der war einfach, war ein Fehlkauf. Dann hatte ich einen IHC 946, dann hatte ich einen IHC 644, dann hatte ich einen IHC 744, dann hatte ich eine Zeit lang einen IHC 1046, dann habe ich den 844, dann hatte ich den 624 und kurze Zeit hatte ich auch noch ganz, 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 ganz kurz hatte ich auch mal einen 633. Also 10 Stück, kann man sagen, hatte ich bisher. Ja, ansonsten gibt es, ich weiß nicht, ob noch eine Frage kommt, bis jetzt keine. Was ich aktuell beruflich mache, im Moment arbeite ich auf 450 Euro Basis in einem Stall, da tue ich Boxen ausmisten, macht mir auch ganz gut Spaß. Ich misse da die Boxen morgens aus, für die Pferde auf die Koppel, ja, da kriege ich meine 450, 500 Euro und da bin ich auch sehr glücklich damit, weil es ein schöner Job ist, mit Pferden zu arbeiten. Ja, heute haben wir noch bisher gedroschen und morgen geht es dann weiter mit dem Pflügen. Jetzt, jetzt kam noch eine Frage, da musste ich wirklich richtig, richtig lachen. Frägt einer, was macht denn der Knalli? Ja, mit dem Knalli, das ist leider so, naja, das ist halt so ein Knallingerfall. Es ist eine Katastrophe, wenn der was schaffen soll, dann sieht man ihn nicht. Der kommt immer dann, wenn man ihn nicht braucht. Wenn man ihn mal braucht, dann hat er alle Ausreden. So wie heute, hätte er da pflügen können, dass ich da Dreschen hätte können, oder hat beim Dreschen helfen können. Hätte er heute pflügen können, der war auch nicht da. Aber grundsätzlich habe ich noch Kontakt und grundsätzlich würde er auch bei mir noch fahren, aber da sind einige Dinge passiert in den letzten zwei Jahren, wo er auch sagt, naja, will er nicht mehr fahren, das kann ich auch verstehen. Es gibt da Menschen, die sind ein bisschen im Kopf. Und ja, vor denen muss man sich halt nachdenken und das weiß er. Und von daher hat er gesagt, er will bei uns nicht mal wirklich groß was machen oder bei uns fahren. Kann ich auch nachvollziehen, geht mir genauso im Moment. Aber grundsätzlich kommt der Knalli noch zu mir. Und ja, den Spitznamen hat er von mir, weil er einfach manchmal ein bisschen isch ist. Und ich mag ihn so, wie er ist. Und ja, aber grundsätzlich auf die Frage beantwortet, ja, der kommt noch. Ja, in diesem Sinn, das waren jetzt mal wieder ein paar Fragen, die ich euch beantwortet habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Abonniert den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir auch einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.